Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Sheldon Neidl für die spirituelle Hierarchie und die Galaktische Föderation, 24. Juli 2018 Übersetzt von Martin Gadot Selamat, ja. Es entfalten sich weiterhin viele wundervolle Dinge. Die finstere Kabale ist immer noch so arrogant und unnachgiebig wie immer. Sie sind verwirrt angesichts eurer rapiden Bewusstseinsaufwahlung und des Aufwachens der allgemeinen Öffentlichkeit. Der Lichtquotient in eurem Sonnensystem steigt in exponentialem Maße an, auf eine Art und Weise, wie sie die Kabale nicht vorausgeahnt oder für möglich gehalten hatte. Ihr Rückhalt in der Gesellschaft wird mit jedem Tag schwächer, da immer mehr Menschen ihrer skrupellosen Intrigen gewahr werden. Schon vor langer Zeit verlor die finstere Kabale die Fähigkeit, den Verlust ihrer Macht zu ergründen, mit der sie die Massen bisher in unbekümmerter Weise zu beherrschen gewohnt war. Die Kabale glaubt irrtümlicherweise immer noch, dass sie sich wieder wie der Phönix aus der Asche ihres Niedergangs erheben könnte. Ihr existiert in einem expandierenden Bewusstsein, das seine ihm innewohnende Flexibilität nutzt, die Kabale und deren arrogante und starrsinnige Hartnäckigkeit zu besiegen. Unsere vielen Verbündeten haben Jahrhunderte damit verbracht, sich überall auf der Welt still und unauffällig in höchst vorteilhafte Positionen der Macht zu manövrieren. Und über Jahrzehnte hinweg haben sie insgeheim ihre Strategien geplant, die Menschheit aus der Schuldensklaberei zu befreien und Gaia wieder in einen Zustand hinein zu restaurieren, indem sie wieder zu einem Planeten wird, der in Frieden und Freiheit gedeiht. Wir bitten euch weiterhin um Geduld. Diese mit viel List entwickelten Maßnahmen können nicht übereilt durchgeboxt werden. Es ist unerlässlich, dass ihr euch der Tatsache bewusst bleibt, dass ihr eine Machtstruktur demontiert, die seit über 13 Jahrtausenden geherrscht hat. Unsere Verbindungsleute haben der Kabale eine Reihe spezifischer Ultimaten gestellt. Ihr werdet Zeugen dessen sein, dass diese Szenarien auch in die Tat umgesetzt werden und dass die Dunkelmächte schließlich scheitern, da viele der von ihnen selbst ersonnenen Gesetze nun gegen sie angewendet werden. Die Verhaftungen der obersten Anführer der Kabale werden eine spezielle Handhabung erfordern. Sie können nicht nach und nach vorgenommen werden, sondern müssen auf einen Schlag durchgezogen werden. Wenn dieser Moment kommt, haltet euch bereit, eurer Familie, euren Freunden und eurer Gemeinde gegenüber hilfreich zur Seite zu stehen. Denn deren Welt wird sich dann wahrscheinlich auf den Kopf gestellt anfühlen, wenn es scheinbar drunter und drüber geht. Sobald der Impuls eines neuen Bewusstseins sich bemerkbar macht, wird dieser alles verändern, was ihm im Wege steht. Wir möchten erreichen, dass ihr vorbereitet seid, euch dessen erfreuen zu können, was sich da innerhalb kurzer Zeit manifestieren wird. Macht euch auf Bekanntmachungen gefasst, die euch vielleicht schockieren werden, dies jedoch letztlich auf höchst positive Weise. Wir haben die Allianz mit einem neuen Computersystem ausgestattet, dem Quantum Finanzsystem, das all jene bisherigen krummen Wege, Gelder zu stehlen oder zu manipulieren, eliminieren wird. Das wird der Tod des bisherigen Zentralbankensystems sein, mit dem die Kabale euch in die Schuldenslaberei getrieben hatte. Ihr sollt im Licht leben und euch in den göttlichen Wahrheiten sonnen können, die euch vom Himmel frei geschenkt werden. In dieser neuen Realität werden wir euch wieder zu eurem vollständig bewussten Selbst führen. Gemeinsam tragen wir größeres Licht in jeden Winkel dieser Galaxis. Grüße von den aufgestiegenen Meistern Frohes galaktisches Neujahr! Diese Gelegenheit ist Anlass zum Feiern, denn ihr begrüßt die Energien des galaktischen neuen Jahres, 26. Juli. In der Morgendämmerung des 26. Juli ist das Sternbild Sirius über der Maya-Pyramide Chishin Itza und über dem Vulkan Mount Haleakala auf Maui sichtbar. Da wir einen neuen Zyklus beginnen, denkt daran, jeden heraufdämmernden Morgen willkommen zu heißen, indem ihr eine Absicht, eine Intention formuliert. Bedenkt, dass Zeit erlebt und genossen werden möchte und nicht nur als messbares Geschehen verbraucht werden sollte. Lasst uns diese neue Ära mit Segnungen der Freude für alle einläuten. Seid in dieser Zeit des Neubeginns erfüllt von Freude und seid dankbar für all die wundervollen Geschehnisse, die überall auf eurem Globus vor sich gehen. Die Hauptkomponente einer jeden Realität ist die Macht des Kollektivs. Eine Realität wird durch Bewusstsein geformt. Diese kollektive Energie bildet sich um die primären Überzeugungen, an die ihr euch haltet. Innerhalb dieser Energie funktioniert er sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Basis. Doch letztere ist es, die in diesem Moment ganz entscheidend ist. ist beeinflusst von den Aktivitäten einer jeden übrigen Teileinheit und erzeugt somit ein untereinander verbundenes psychisches Ganzes, ein gemeinsames, totales Gewahrsein. Geistiges und physisches Bewusstsein sind innig miteinander verbunden. Immer mehr Menschen überall auf dem Globus erwachen in Richtung Wahrheit. Diese gemeinschaftlichen Interaktionen weben sozusagen den Wandteppich der gegebenen Wirklichkeit. Eure Welt ist gesegnet damit, dass sie von göttlichem Licht überschwemmt wird. Wir beobachten mit großer Freude, wie sie sich mit jeder Steigerung der Intensität des Lichts wandelt. Gleichzeitig wird auch euer eigenes Licht kraftvoller und facettenreicher. Seine Reinheit strahlt aus euch heraus, wie durch ein Prisma. Eine Überfülle neuer Schattierungen und Lichtfarben macht sich bemerkbar. All dies veranlasst eure Realität, ihre Koordinaten zu verändern und sich in eine gänzlich neue Richtung zu bewegen. Ihr lasst die dritte Dimension als primäre Heimat hinter euch und stürmt kopfüber in die fünfte Dimension. Hosianna in der Höhe. Wir haben euch heute wieder unsere fortlaufende Erörterung darüber weitergeführt, was überall um euch herum vor sich geht. Seid geduldig, zentriert und freudig auf eure zutiefst ersehnten Ziele fokussiert. Wisst in eurem innersten Herzen, dass der ewige Vorrat und die unendliche Fülle des Himmels in der Tat euch gehören. So sei es. Selamat Mayon Selamat Kazitaram Sirianisch frohlockt und seid gesegnet in himmlischer Liebe und Freude. Vielen lieben Dank für die Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für euren Energieausgleich. Vielen Dank